Christ Wash Systems We know Car Wash Centus Leistung, die überzeugt Zielgruppe für Betriebe mit niedrigem Waschaufkommen, wie zum Beispiel Autohäuser, Werkstätten, Fuhrparkservice, Tankstellen. Baugrößen von 2050 Millimeter bis 3100 Millimeter. Leistung, für Standorte mit 400 bis 1200 Wäschen im Monat. Das Grundmodell. Opti-Design Vollständige Anlagenverkleidung aus Kunststoff. Individuelles Anlagendesign mit freier Farbwahl gemäß Christ Farbpalette. OptiFlex Optimale Konturenerfassung der Fahrzeugseitenflächen durch pneumatisch gesteuerte Seitenwalzenschrägstellung. Laufkultur Ruhiger Lauf aller mechanischen Komponenten. Kompakt Platzsparende Bauweise Optimal Durchfahrtsbreite 2400 und 2700 Millimeter für Sonderfahrzeuge im Spiegelbereich. Kraftvoll Die Wohgebläse erreicht mit der Dachdüse auch die Seitenflächen der Fahrzeuge. Bedienerfreundlich Zugänglichkeit von vorne Modern SPS-Steuerung mit permanenter Selbstüberwachung. Sanft Antriebe über Frequenzwandler gesteuert. OptiCam Dosierpumpen mit Hub- und Frequenzverstellung Werkbeständig Portalrahmen Feuerfahrt sinkt mit hochwertiger Deckschichtlackierung. Hochwertig Wichtige Anbauteile aus Edelstahl, Aluminium und Kunststoff für ein langes Maschinenleben. Bewert Wartungsfreie Antriebe für Hubseile Übersichtlich Kompaktes Bediengerät mit grafikfähigem Display Sparsam Weniger Wasser, Strom und Chemieverbrauch durch innovative Anlagentechnik Internes externes Zubehör Wirksam Aktivschaumvorwäsche für eine intensive Vorwäsche Effizient Vorwäsche mit 85 Bar Druck Geringer Wasserverbrauch OptiJet OptiJet Vorwäsche mit 85 Bar Druck Geringer Wasserverbrauch Optimale Seitenabdeckung durch anklappbare Hochdruckdüsen Verständlich LED-Positionierampel gut sichtbar in der Frontverkleidung Schonend Waschmaterial Sensophil Plus aus geschäumtem Polyethylen Premium Waschmaterial Sensophil Plus aus Textil Unerreicht Christ-Gelenkeinrichtung Christ-Gelenkeinrichtung Nur diese knickt Variabel Vollständiges Seitengebläse bis 1700 mm Trockenhöhe Für Vans und einen erhöhten Fahrzeugdurchsatz Groß Radwaschteller passen für Felgen bis zu 21 Zoll Wirksam Felgensprüheinrichtung für ein optimales Radwaschergebnis Schützt Schaumwachskonservierung für mehr Umsatz Intelligent Unterbodenwascheinrichtung mit echter Längenmessung Praktisch PIN-Code System für eine leichte Handhabung Sichere Waschabrechnung Leuchtstark Programmanzeige mit moderner LED-Technik Besuchen Sie uns im Internet www.christ-ag.com Stellen Sie Ihre Waschanlage ins Internet Registrieren Sie sich jetzt www.super-autowaschen.de Die neutrale Internetplattform für Fahrzeugwaschbetriebe Vorschubbetriebe T Vielen Dank.